hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play twine zum letzten mal mit zusatzlevel und mit katan ja hallo und das zusatzlevel ich glaube das kann ich selber noch nicht ich glaube das hatte ich in meinem netzplay auch gar nicht drin ja wir gucken mal was das jetzt so gibt ne ich starte mal ohne erklärung schon mal interessant steine runter nein das war ich nicht aber da kam steine runter er hat ist die kommen bei mir auch ich habe mir die lange viele gefunden ein von zehn stand da ich weiß nicht ich habe hier jetzt auch gleich eine krass scheiße so ich bin jetzt wieder unten keine ahnung okay zwei von zehn jahren sind nicht so ein bisschen an den bosskampf gerade mit der kletterei hier er ist ein bisschen werfen ich halt nur unter euch bin tot ich könnte mich halt auch nicht mehr retten da kam dann den stein runter und hat mich gekillt es kommt wahrscheinlich gleich ein neuer das bröcke doch schon so heftig was ist das finde ich weiß es aber ist auch irgendwie kein keine musik keine babbel auch ja ne ne das hat sich auch erwischt auch je level deutsch aber hat er auf dass du okay gut ich befürchte ich weiß was das ist es gibt nirgends ein checkpoint und wir müssen ganz hoch und dann alle zehn dinge einsammeln ich weiß nicht ob wir das schaffen ja wir können es auf jeden fall mal versuchen aber die die wir schon gesammelt haben bleiben gesammelt echt ach so okay das scheinbar schon weil da links ist nämlich äh bei mir ja keine mehr gewesen okay ja die da links ist schon eingesammelt wir müssen hier halt jetzt extrem vorsichtig spielen vorsichtig ist nichts für mich stu ich weiß aber auch ernsthaft zack und zack und dann da hoch ja ich habe meinen ich musste meinen stein opfern rechte seite ja dann springt doch rüber ist klar ach da ist das mit dem fast das explodieren könnte ok da oben ist eine ja ich schütze mal ich frage kannst du dich da oben festgreifen ja ja ok ich hab mir steine runter geschossen ja auch verdammt ich bin schon wieder tot ne du lebst noch was ach dann hat es mich geblieben ich habe es hat mich geblieben und ich habe es nicht mitbekommen ähm nummer 5 ok ah ah ähm ähm nummer 6 hauptsache du bist schon ewig weiter ja ja wer weiß wie lange ich noch lebe scheiße ja danke spiel natürlich ja 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 natürlich ich bin tot nicht ja ja war das gerade unfair doch da ist noch eine oder öh ok das soll's blank master Ja, ab hier bin ich gestorben. Ist da eine Wand? Ah, aber das könnte klappen. Jetzt hast du die untere Pflug jetzt. Das könnte aber klappen. Wäre ich das entsprechend hinflachsiere? Ja, Blankenmaster. Nummer 7 müsste das sein. Alter. Zum Geier, ey. Was soll das? Nummer 8. Ja, aber ich habe Angst, da unten ist Wasser. Ich habe Angst, dass ich jetzt gleich sterbe. Ja, du musst da einfach hin. Okay, das hat mich nicht abgetrieben, okay. Ich dachte, das treibt mich ab und dann fahre ich irgendwo ganz gemein rein, weil das Level ist gemein. Ja. Das Level ist gemein? Ich wusste doch, da kommt noch einer. Lava steigt. Lava steigt. Ach so. Toll. Ich sage das dann zum x-ten Mal. Das heißt, man muss sich da auch noch beeilen. Ach Gottchen. Ach, verdammt ey. Höchstens müssen wir aber jetzt die Nummer holen, weil sie, äh, ja. Lava steigt. Ach, jetzt sehe ich da so, Lava steigt, Lava steigt, Lava steigt. Wie bist du so schnell da hochgekommen? Oh, Gott, ich bin... Oh, nein, das habe ich jetzt schon meinen Stein verbraten, das gibt's nicht. Ah, stimmt, deswegen habe ich plötzlich wiedergelebt. Okay, verstehe. Aber ich habe meinen schon ganz schnöde verloren. Ja, sicher. Ja, sicher. Ach, nö. Lass mich halt wieder allein. Ach, egal. Das ist so Zeit, also muss ich hier um Podde kommen. Zu Podde kommen. Lava steigt. Lava steigt. Ja, Lava steigt. Lava steigt. Lava steigt. Lava steigt. Lava steigt. Jetzt habe ich meinen auch schnöde verbraten. Oh, zum Geier. Ich muss doch machbar sein. Aber wir brauchen nur noch eine Viola, ne? Ja, eine. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wir haben einen von zehn. Ach, Gott, ja. Lala, lala, uuuhu. Komm, trau dich. Oh, Gott, ja. Ich habe Angst. Du machst das schon. Ja, was, vielleicht irgendwie blockieren. Ja, war. Ja, aber ich muss das blockieren, weil sonst sterb ich. Das hat ja auch keinen Sinn, weil ich... Nee. Uuuhu. Du Skinner. Ja, klar. Was hast du denn erwartet? Nichts. Danke. Was hast du erwartet? Nichts. Ja, eben. Oh, Gott. Bin ich wieder nett. Uuuhu. Oh je. Ach so. Ach du Gott. Ach. Höh. Ach, ich hatte meinen noch gar nicht verbraten. Ah, okay. Umso besser. Ich dachte eigentlich, dass ich den schon verbraten hätte. Ich hat keinen Sinn. Das heißt, da ist kein Sinn. Nee. Oh Gott. Hat keinen Sinn. Sinn. sie denn bescheuert von wo ist das letzte ist muss doch irgendwo da oben sein ja irgendwo da ist es oh mein gott jetzt muss ich dann nur hinkommen ja warte mal ich nehme mal schnell den zauberer lang master und schätzt hier so eine blockade hin ja so kann es sich ja noch nicht was man so jahre ist draufsetzen kannst du ja nur fast mit soja also ja das kann natürlich auch es wurde etwas freigeschaltet es steht bei mir noch gar nicht so ist sollte ich vielleicht jetzt bin ich mal gespannt aber wir haben es geschafft new adventure okay gibt es noch ein level oder kann ich hier noch was aussehen 16 weißt hauptsache stand grad hier 20.000 millisekunden ich gehe mal zurück ja ich auch das ist mir nicht so bei extras sein oder so so zurück wird aktuell nicht erfolge vielleicht doch erfolge aber freigeschaltet müsste eigentlich ich weiß es nicht bei den erfolgen auch nicht oder nee da öffnet sich dein steam dass du das dann weiß ich es nicht das ist ja komisch das ist echt komisch ich guck auch noch mal bei den missionen aber da geht es nur bis 16 geheimnisvolle flasche auch ich hatte es um ein spiel erscheinbar doch auch drin zumindest habe ich dann den speicherplatz eins auch das ding oder nee ach so das zeigt allgemein den aktuellen level ein auch bei den neuen speicherplätzen ok aber was haben wir denn jetzt freigeschaltet zum geiler keine ahnung höchstens im launcher irgendwas dass man ein mod auswählen kann oder so vielleicht da aber so hier sehe ich nichts ja das ist natürlich auch super weißt es wurde etwas freigeschaltet was na gut leute dann würden wir sagen machen wir erstmal schluss und falls noch irgendetwas ist dann hängen wir das noch dran gut leute dann hoffen wir dass euch das let's play gefallen hat und dass wir uns bei anderen projektieren wiedersehen ja also bis dahin tschüss 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 Amen. Amen.